Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Märtyrer Box von Cool Savage. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Märtyrer von Cool Savage. Das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. In schwarz gehaltenen D-Box. Hier haben wir dann einen weißen Aufdruck. Hier lesen wir dann Limited Edition Cool Savage und Märtyrer. Und dann haben wir hier eine Zeichnung, so ein Kindergesicht von Cool Savage. FSK 12 haben wir hier auch noch. Einen Sticker in diesem Fall, den man abnehmen kann. Der ist der DVD geschuldet, die wir hier drin finden werden. So, jawohl. Es ist Sticker. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Hier auch nochmal Märtyrer in so einer Glanzschrift. Hier Cool Savage. Hier nochmal der Albumtitel und hier nochmal Cool Savage. Auf der Rückseite lesen wir Märtyrer CD. Also wir haben hier 13 Tracks. Dann haben wir hier DVD, Märtyrer Doku, Blick hinter die Kulissen, Rap über Rap, Musikvideo, eine Stunde neuen Gesamtspielzeit, Credits und Barcode. Auf diesem Album, auf diesen 13 Tracks haben wir hier Features mit dabei von Master Ace und Tajai, Alex Prince und Tim Bensko. So, dann schauen wir mal hinein. Auch von innen in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier einmal die erste Ebene der Box. Hier haben wir einmal das Album im SuperJule Case vorliegen. vorliegen. Dann haben wir hier, das Ganze lässt sich rausnehmen, jawohl, haben wir hier noch einen USB-Stick. Wenn wir ihn rauskriegen. Gar nicht so einfach. So. Jawohl. So, dann packen wir das Ding wieder zusammen. Und kommen zum weiteren Inhalt. Wir haben hier mit dabei ein Shirt. Eine Fahne. Einen Flyer. Einen Sticker. Einen weiteren Sticker. Eine Autogrammkarte. Eine Schablone. Und das Songbook. So, dann machen wir auch hier wieder diese Ebene rein. Machen die Box wieder zu. Packen mal alles zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus im SuperJule Case. Hier lesen wir wieder Märtyrer. Dann haben wir hier diese Kinderzeichnung, in diesem Fall in Grau gehalten. Märtyrer lesen wir hier. Es ist das vierte Soloalbum von Cool Savage. Auf der Rückseite, wie auch auf der Box, haben wir hier die Tracklist und die DVD. Okay. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes das Booklet. Jawohl. Hier Cool Savage in schwarz und weiß. Abgebildet mit diesem Kinderbild. Weitere Aufnahmen, also das ganze Booklet oder generell das Artwerk des Albums sehr düster. Dann haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat hier produziert, wer hat den Text geschrieben und so weiter. All das kann man hier nachlesen. Jawohl. Dann haben wir hier so eine riesen Collage aus vielen, vielen verschiedenen Bildern. Ich glaube auch, dass das das Motiv der Fahne ist. Dazu kommen wir dann noch. Weitere Tracks. Weitere Tracks. Und hier haben wir dann auch noch die DVD. Gut. Dann haben wir hier die Infos, die Credits zum Album. So sieht das aus. Für Y lesen wir hier. Und zum Abschluss noch SH Media. So, Booklet geht wieder zurück und wir kommen zur CD. Die CD sieht so aus in schwarz und weiß. Auch hier wieder Märtyrer Schriftzug. Und auf der Rückseite, das Ganze lässt sich dann hier so umklappen, haben wir dann die DVD. Die sieht so aus. Hier haben wir so einen zusammengeknüllten und dann wieder aufgemachten Zettel mit diversen Zeilen drauf. Okay. Also, das war's zum Album und zur DVD. Dann haben wir mit dabei das Songbook. Bedeutet, wir haben zwar die Lyrics nicht in dem Booklet mit drin gehabt, aber hier haben wir dann noch so ein eigenes Heft. Limited Edition Cool Savasch lesen wir hier. Und auf diesem haben wir die gesamten Tracks. So sieht das aus. Also, auch hier wieder Fotos, hier sogar in Farbe. Und immer eine Seite Foto und eine Seite Text. Sehr schön. Also, jede, jede Menge Text gibt's hier zum Mitrappen, zum Nachlesen. Sehr schön. Ja, das würde ich mir generell immer wünschen. Entweder man packt direkt in die Booklet-Seiten mit rein oder man macht das so extra, wie in diesem Fall. Was jetzt vielleicht etwas verwundert, wir haben hier noch einen Track, der nennt sich Waldbrand. Also, das ist der Bonus-Track. Also, wir haben regulär auf dem Album 13 Tracks. Hier ist aber noch der Text eines 14. Tracks. Waldbrand mit Tone, Curse und Mo Mitchell. Was ist mit diesem Track? Der befindet sich hier extra auf diesem USB-Stick. Auf diesem USB-Stick haben wir das ganze Album in der Instrumental-Variante. Also, alle Instrumental-Semi drauf, plus diesen Bonus-Track Waldbrand. So sieht der aus. Also, ganz schlicht gehalten. Und ich glaube, die Farbe ist jetzt auch nicht zufällig gewählt worden, hier so in Rot. Denn wir haben ja auf dem Album einen Track drauf. Wo haben wir ihn? Hier da. Track, hier, Track Nummer 6, Matrix. Und wer den Film gesehen hat, da gibt es ja unter anderem. Also, die rote und die blaue Pille. Und genau so sieht das auch für mich aus hier, nach der roten Pille. Jawohl, schöne Idee. Dann haben wir mit dabei eine Sprühschablone. Die ist hier so aus Karton. Hier auf der Seite braun, auf der anderen Seite weiß. Ist etwas dünn, aber füllt seinen Zweck. Wir haben hier den Schriftzug des Interpreten. Und den kann man hier dann irgendwo ransprühen. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Hier lesen wir Märtyrer. Cool, Savasch. Der hier unten rechts in der Hocke sitzt. Und hier dann auch nochmal auf schwarz. Weiß, auf schwarz. Sticker gibt es auch. Zwei Stück. Und zwar haben wir einmal diesen hier. Im Querformat. Und einmal diesen hier quadratisch. Also, zwei Sticker. Einen Flyer haben wir mit dabei. Ja, Merchandise-Flyer. Hier gibt es Sachen aus dem Shop. Und dann haben wir hier noch die Märtyrer-Tour 2015 aufgelistet. Also, dieser Info-Flyer noch mit dabei. Wir kommen dann noch zu der genannten Fahne. Sie ist für eine Fahne oder für so ein Tuch relativ klein. Im Querformat gehalten. Und wir haben hier diese Doppelseite, die wir schon kennen aus dem Blueblet. Also, wir erinnern uns, es gab hier diese Doppelseite. Ohne Credits, ohne Text. Und da war eben diese Collage, die wir hier sehen. Unter anderem, was mir jetzt ganz besonders ins Auge sticht, ist das hier. Das Album-Cover von Haus & Boot. Allerdings mit dem Gesicht von Cool Savas hier nochmal mit eingearbeitet. Also, hier sind jede Menge Bilder drin verarbeitet. Aber auch alte Cover. Wie zum Beispiel hier West-Berlin Maskulin. Oder hier LMS, John Bello Story. Also, alles Mögliche von Cool Savas hier an Grafiken, Artwork und Covers ist hier mit eingearbeitet. Schön nostalgisch. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Shirt mit dabei. Dieses Shirt ist, wie bei diesem düsteren Artwork zu erwarten, in schwarz gehalten. Wir haben dann hier auf der Vorderseite den weißen Märtyrer-Schriftzug. Auf der Rückseite ist das Ganze blank schwarz. Also, hier gibt es nichts zu sehen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Die Größe konnte man meines Wissens damals nicht auswählen. Also, es war standardmäßig in L. Und wir haben hier 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, hier unten haben wir es, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in schwarz und weiß Größe L. Dann diese Fahne, dieses Tuch hier, diese Collage. Der Flyer zur Tour und zum Merchandise. Sticker, zwei Stück an der Zahl. Einmal Querformat rechteckig und einmal quadratisch. Dann die unterschriebene Autogrammkarte hier. Die Sprühschablone aus Karton. Das Textbuch, das Songbook zum Album. So wie diesen USB-Stick hier mit den gesamten Album-Instrumentals und dem Bonus-Track Waldbrand. Und natürlich das Album an sich, Märtyrer mit 13 Tracks inklusive DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Märtyrer von CoolSavage. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr CoolSavage unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.